willkommen willkommen heute machen wir ein unboxing video von artist pro iphone 6 kfz saugnapf halterung für die windscheibe eine plastiktüte noch mehr plastik ok keine bedienungsanleitung mal gucken ob wir logisch überlegen können und gucken wie das da rein gehört guck mal und drinne ok soll 360 grad drehbar sein macht man wohl hier auf und 360 grad kann man drehen seht ihr das dann dreht man das wieder zu da kommt das iphone rein jetzt jetzt saugen wir das mal an den tisch fest hier kann man die höhe verstellen also sieht schon mal nicht so schlecht aus und für zehn euro kann man noch nicht meckern wir werden es mal im auto ausprobieren vielen dank fürs anschauen bitte abonniert mich und gibt mir ein like wiedersehen zun zun abone ol abone ol